Hier so hin, oder? Ich glaube, Blitzabgleiter kannst du ruhig... Ja, musst du nicht um... Ja. Boah, geil. Aber ich glaube, bei denen war es egal, wie viel man baut. So ein Blitz trifft eh immer nur ein. Gut, ist logisch. Ich weiß nicht mehr. Wir werden es gleich sehen. Wenn wir Glück haben, blitzt ja. Ah, hier können wir wieder grüne Bohren. Oh lol, und die habe ich da oben gepflanzt. Gut, ich glaube... Dann wird es... Ja, egal, klar, können wir es trotzdem benutzen. Ein schöner Hof wird das... Also so ein schön gleichmäßig wird das eh nicht. Das ist... Aufwendig, weil wir haben unterschiedliche Wachszeiten und... Ja, darum geht es mir eigentlich auch nicht. Blitzableiter, das muss man nur noch wissen, wie man die Batterien craften tut. Wir müssen erstmal warten, ob wir da... Ob da was reinstecken, dann schauen wir mal. Wir brauchen ein bisschen Holz, ich fahr mal hier ein bisschen. Ja, ich geh mal in der Stadt gucken. Ich brauche ewig. Ich brauche aber mal... Warte mal. Ich glaube, ich mache jetzt... Ich mache mir mal ein... Nein, wir haben kein Geld für eine Axt. Materialien genug, aber kein Geld. Ja, die Frage ist, wie viel musst du denn jetzt bezahlen? Ich glaube, 6 oder was. 6.000 kostet es. Ich habe auch immer eine Bronze-Spitz-Acke. Das geht doch nicht. Echt? Dreck. Hä, hatten wir nicht schon aufgerüstet auch? Ja. Bei dir? Ja, aber wir haben ja nie gleichmäßig. Ja, ne, das nicht. Aber ich dachte, bei dir hätten wir auch schon. In Geplay habe ich fast alles Gold schon. Brauchst du denn ein normales Holz? Oder Haar? Ja, warum so? Weil wir nur ein und ein Holz hatten. Also ich hätte nichts... Komm, es soll jetzt gewittern. Vor allem, wenn du dann daneben stehst, kriegst du da einen Schlag? Sehr interessant. Oder brennt dann was an hier? Oder bei die Hühner? Ja, wurde ja auch gerade. Geh weg, meine! Meine Rapper! Ich bin mal gespannt, wie viele Tage ich das hintereinander machen soll. Diese Viecher kraulen. Ich weiß nicht, ich mach's bei mir... bei mir ist schon so drin, dass ich erst... erst ernstenmäßig mach und dann geh ich zu den Viechern. Ein Zug! Was ist ein Zug? Ein Zug fährt durchs Stern, total. Echt? Wom krieg ich die Meldung nicht? Echt nicht? Ich dachte, die kriegst du jedes Mal. Irgendwie ist das... Das Multiplayer ist nicht... Perfekt abgestimmt. Gehen wir mal wieder zum Steinbruch, schauen wir mal, ob da was ist. Ah, Würmer. Ein Buch wieder. Ach, das schätzt schon alle Bücher. Ich hab ja schon was geschenkt, diese Woche. Von Woche zu Woche! Oh, ich hab dem Linus... Achso, und so eine Woche, das hab ich auch rausgefunden. So eine Woche geht immer von Sonntag bis Sonntag... Also, Samstag bis Samstag. Aha. Das ist eine Woche. Sonntag ist alles wieder wie set. Gut, das muss man auch erstmal wissen. Man geht immer von Montag bis Sonntag aus, ne? Ja. Oder Montag bis... Montag? Ja gut, eigentlich Montag bis Sonntag. Hatten wir eigentlich den Grund von der Mine schon? Nee, nee, wir waren bei 100, aber das war nicht das Ende, glaube ich. So, morgen hat der Shane Geburtstag. Der Emo-Typ. Nee, nee, das ist nicht der Emo. Nee, nee, aber der ist immer... der ist immer pissig drauf. Ja. Wilder Meretich, der Zauberer. Hast du nicht? Haben wir doch, ne? Ich nehm's mal an. Ich glaub, das hatten wir. Wilder Meretich. Klar, den gibt's doch hier auch so zu finden in der Stadt. Und so. Aber... Ich weiß nicht, ob zu der Jahreszeit schon, oder? Ja, doch. Im Frühling. Deswegen müssten wir eigentlich haben. Mal gucken, was jetzt hier drin steht. Ich hoffe. Ich hab etwas Merkwürdiges im Tunnel auf dem Weg zum Pelikan gefunden. Dort ist eine kleine Tür verbohren. Ja, lol. Jetzt haben wir's auch entdeckt. Echt? Wer hat das gesagt? Wir sind hier in so'n Bogen. In der Bibliothek. Ein Stück wilder Meretich. Meretich. Weißt du, was ich mega scheiße finde? Wenn man nach unten läuft, der See. Dass man immer so'n Bogen laufen muss. Ja, ab Sack. Sack zu! Duckballs! Oh, was hat die hier? Tulpe, Mohn, Kürbis. Seltene Saat, 600. Im Herbst. Oh, du brauchst die gesamte Jahre Zeit. Im Herbst, damit die Wachs wächst. Ja, das lohnt sich doch nicht. Jetzt können wir machen, wenn wir Kohle haben, oder? Weil, was bringt's. Nochmal selten. Hat die noch so? Manchmal hat die was, was wir brauchen. Gemeinschaftsraum. Heiratsring, Höhenkarotte haben wir schon. Ja, ich glaube hier ist nichts. Obwohl, Tulpe? Tulpe und Mohn. Kannste eventuell gucken. Ich geh erstmal weiter. Wenn ich das... Oh, hier. Oh, guck. Direkt aufm Weg zu ihm, wilder Meerrettich. Gucke. Gucke da. Hier wieder in diesem komischen Waldstück. Ich habe auch einen. Wilder Meerrettich. Teilis, es sind immer so viele Slimes. Das ist ja auch so eine Challenge, so und so viele Slimes zu schaffen. Tausend Slimes. Aber es gibt ja auch bei der... Robin gibt es auch diese Slime-Maschinen. Hä? Hast du echt? Noch nie gesehen. Hast du es noch nicht gesehen? Nee. Echt? Doch die produziert irgendwie... Dafür brauchst du aber Iridium-Wachen. Und dann kannst du so ein Ding und die produziert halt irgendwie Slime und sogar Slime-Bälle, die irgendwas besonderes dann sind. Aber Iridium haben wir doch schon, habe ich doch gefunden beim letzten Mal. Zwei Stück, oder? Echt? Haben wir einen Wachen davon. Ja gut. Können wir überlegen, ob wir das machen. Ich glaube das kostet auch 20.000, 10.000. Boah, nee. Das lohnt sich noch nicht. Nee. Ich weiß auch nicht, was man denn kriegt, wenn man... Halt! Wir kaufen dann erstmal eine Kuh, wenn der Stall fertig ist. Ja, genau. Blub, 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 blub. Kriegt man die eigentlich... die Büsche irgendwie kaputt hier? Nee, ne? Nee. Die stehen meistens im Weg, aber die gehen nicht kaputt. Ich kaufe jetzt einfach mal ein paar Sachen hier. Ich will jetzt Geld haben. Wir brauchen nicht alles horten. Oh, der große Baum geht nicht. Da musst du auch irgendeine Bedeutung haben. Das dachte ich mir auch schon mal. Irgendwas hat der bestimmt. Er kann auch nicht fällen. Gut, ist klar, ne? Da steht schon so abseits. Ist ja doof, wenn man die einfach weg macht. Oh, diese Bäume. Apfelbäume und das andere, was du da gekauft hattest am Anfang. Er wächst auch nicht. Dauert! Ey, ich... Da weiß ich nicht genau, wie das funktioniert mit den Bäumen. Warte mal, ich nehme jetzt hier mal die Hälfte von Kiefern zapfen, die verkaufen wir auch jetzt. Einmal mal. Ich kaufe jetzt die ganzen Fisch hier. Tschüss. Oh nein, nicht alle. Doch, braucht keine Sau. Aber du... Wir brauchen ein bisschen Geld. Das ist sehr... Auch die ganzen Edelsteine. Wir brauchen eigentlich auch nie wieder. Also diese ganzen... Weißt du doch gar nicht, das ist es halt. Man weiß es eben nicht. Also ein Kalzit. Kalzit? Wenn du eins davon brauchst, dann gieß... Gieß du immer... Ja, also ich rede jetzt nicht von... Von Smaragten oder Diamanten, die man wirklich stecken hat. Aber hier sowas wie Kalzit oder Kyanit. Ich bin mir sicher, dass man es nie braucht. Mach hier. Honig. Blue-Jazz-Blume. Ich hoffe mal, dass diese Blumen, die ich hier gepflanzt habe, okay sind. Weil man kann ja jetzt so eine... Normale Blume gar nicht pflanzen, ne? Aber jetzt die Narzisse, die ich in der Hand habe, die kann ich ja jetzt nicht hier pflanzen für die Bienen. Noch vielleicht nicht. Vielleicht kommt das noch. Ja, da muss man aber drauf achten. Dann müssen wir vielleicht die Bienenkörper hier oben hin machen. Neben die Truhe. Wo es so ein bisschen grün ist. Und dann hier hinten pflanzen. Oder gleich hier rein stellen. Aber dann sind die wieder so weit oben. Hier ist es eigentlich ganz cool, so die Lager... Aufteilung. Hey, wieso machten die da eine Pause, Robin? Was ist denn los? Gut, genau wo ich sage, dann hämmert die einmal und dann gehe ich weg und dann hört es wieder auf. Fernsehen kommt. Wahrsager. Heute ist Freitag, siehst du, bei mir kommt jetzt nichts im Fernsehen. Ich glaube das war Montag und Donnerstag oder Dienstag. Bei, guck mal bei dir was... Also bei mir ist Freitag, bei mir kommt jetzt nichts. So wie ich vermute, dass Freitag nichts kommt. Außer Wahrsager, aber das zählt nicht. Ne, ne, auch nur. Das Bettabricht und Wahrsager. Gleich ins Bett gehen oder was? Ja, ja. Sülz. 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 Din, 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 din. Yo. Achso, Hofarbeit, Stufe 5. Soll ich denn das andere nehmen, Ackerbauer? Ja, wär sinnvoll. Ich hab jetzt halt das von den Tieren genommen. Ist da nix, was wir eingenommen haben. Okay, es geht. Guck mal für die 56, äh, Ziefernkapfen, genau. Kiefernzapfen, 280, ist nicht so verkehrt. Guck mal, wenn du 999 hast, machst du 2000. Ne, 4000 knapp. Ja, für so viel, das ist da nix. Überleg mal, wie viel du da pro Stück kriegst. Direkt ein Fernseher kommt nicht, siehst du? Freitags haben es auch Sendepause. Hast du nicht mal geblitzt oder so? Ja, ich glaube, Montag war auf jeden Fall ein Tag. Ich weiß nicht, ob man das... Es kommt jeden Tag was. Außer Freitag, Samstag und Sonntag glaub ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, wenn es blitzt. Klar, das haben wir doch schon mehrmals mitbekommen. Ja, aber... Wenn das aber einschlägt, meinte ich. Achso, ja, das nicht, aber es hat ja nicht mal geblitzt. Man hört auch sonst einen Donner, das war doch immer so übel laut. Ja, dann war es halt kein Gewitter. Wie Mike, wenn es blitzt. Übels alter Spruch, ey. Bok, bok. Beschissener. Echt. Oh stimmt, bei dem einen hatte ich grad ein halbes Herz. Bok, bok, bok. So, der Kuhstein ist fertig. Oh, guck, wie groß der von innen ist. Alter. Da können wir uns so eine Kuh kaufen. Boah, doch die ist ein Tor schon draußen. Oll. Kann ich alles machen? Nein. Nichts. Aber weißt du, dann... brauchen wir ja... noch mehr Heu. Ne, coolsten Wiederkäuer. Die fressen bestimmt mehr... Ja, das... Achso, ist ja voll, ne? Oder? Weißt du, war ein... hat glaube ich nicht viel gefehlt. 126 von 240. Aber wir müssen so eine Gras... Wir können aber diese Grasbündel. Genau. Wir können die hier kaufen und hier unten anpflanzen. Das vermehrt sich ja übel. Aber jetzt kaufen wir uns erstmal ein Tier, oder? Eine Kuh, ja. Ja, ich weiß nicht. Was gibt's? Kuh oder Rind? Du Rind? Du hin. Ja, es ist doch immer noch nicht offen. Wo musst du hin? Achso. Guck mal, der angelt genau in unserer Räuse. Was ist mit dem los? Räuse interessieren mich gar nicht mehr. Hallo. Hier. Tiere kaufen. Eine Milchkuh für 1500. Das gibt's noch. Mehr gibt's nicht. Und Hühner. Die anderen sind noch grau. Ja, da kauf so eine Kuh. Du brauchst einen Melkkübel, um Milch sammeln zu können. Melkkübel? Melkkübel brauch ich. Schau mal, ob die den verkauft. Chetscher heißt das. Im Oberstuhl das Vieh heißt das. Äh, kann man das selber nicht herstellen? Ja, schau mal, ob die sowas hat bei Tierbedarf. Achso, Melkkübel kostet 1000. Was? Alter. Ja, aber brauchen wir ja nur einen, ne? Heizgerät kostet... Ich glaub schon, ja. Müssen wir noch machen, oder? Ja. Will die Kuh melken? Ja, klar melken. Und Heizgerät 2000. Ich weiß nicht, ob die Kuh auch ein Heizgerät braucht. Aber gut, bis zum Winter ist noch ein bisschen. Ja. Ich hab grad was anderes. Wollen wir nicht mal gucken, ob wir diese Mayonnaise-Maschine bauen? Was macht... Warte. Wofür denn das? Macht Eier zu Mayonnaise. Da können wir verkaufen. Das ist ein Herstellungszeug, das ist bestimmt viel wert. Und ich meine, das kostet uns nur ein bisschen Metz-Materialen. Ich guck mal, ob wir das alles haben. Wieso nicht? Und dann können wir vielleicht weitere Rezepte dafür... Äh, damit machen dann. Mayonnaise! Ich hab irgendwo hier Grasbündel gehabt. Ein Grasbündel, dachte ich. Nein, wenn dann... Wenn dann hier bei der Saat drüben. Wo schon wieder irgendwie eine Axt drauf ist. Wintersaat... Ja, weil ich vorhin von oben die Truhe angeklickt hab. Das ist dumm, den Schildern. Macht das jetzt auch nicht jedes Mal. Ich find die Schilder eigentlich ganz cool. Oh, hier ist auch noch dreimal Heu drin. Muss ja auch nicht da drin rumliegen. Ich kaufe jetzt die Grasbündel. Achso, man kann die direkt da oben rein tun. Das wusste ich gar nicht. Ja, mit rechts klick. Dann packt ihr die wieder ins Silo. Weil die Kuh braucht, glaub ich, Grasbündel draußen. Gibt's denn da noch so... Hey, Link! Brenn oben! Bok, 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 bok. Oh, Lebenselixier. Roter, Violetter, Morchel und Pfifferling. Also Pilz. Pilze! Ist das schön, wenn dahinter in Klammern steht, wie viel wir in den Kisten haben. Von dem, was man braucht an Zutaten hier beim Bauen. Ja, das stimmt. Aber du siehst, wenn du etwas nicht hast in der Herstellung, dann ist das zu rot. Ja, ja, klar. Das ist nicht im Inventar. Richtig, aber... Ich brauche ja nicht alles zusammensuchen, wenn schon was anderes fehlt, dann theoretisch. Wenn ihr das Feuer irgendwo anzeigt. So, äh... Minecraft hier. Könnt ihr auch mal merken, Erdkristall und Kupferbarren. Kupfer haben wir ein Stück. Und Erdkristall bestimmt auch. Hab ich doch... Nein, ne? Doch, hatten wir doch irgendwo. Ach, da ist er. Boah, der sah irgendwie anders aus. So, Mayonnaise! Also, muss ich natürlich auch noch herstellen. Und jetzt gucken. Eier haben wir bestimmt genug. Aber ich nehme erstmal nur die Hälfte von den Eiern, ne? 15. Achso, wahrscheinlich geht immer bloß eins. Boah, das finde ich so doof, ne? Du kannst da nicht reinstecken in die Maschinen. Lecker Mayonnaise! Also, wir müssen auch wiederholen und dann auf claiming.